Hi, ich habe heute ein Flop-Video für euch, also Sachen, die ich lang genug ausprobiert habe und sie mir einfach überhaupt nicht gefallen möchten. Und da fange ich einfach querweg an. Los geht's! Und zwar fange ich an mit einem Lidschatten von A-Store. Das ist die Farbe 140 Pearl Salmon. Die Farbabgabe, also es ist ein rosa, aber die Farbabgabe ist einfach, ja, also sie ist da, aber es ist eigentlich eher ein weiß. Also es hat nichts mit Rose zu tun. Für mich ein Flop-Produkt. Dann, das war jetzt in der Limited Edition. Das ist so ein kleines Objektiv, was man sich auf die Kameralinse machen kann, also Handylinse. So sieht das aus. Hier kann man dann das Handy dran machen. Und hier ist dann das Objektiv drunter. Und das gab es in zwei Variationen. Ich glaube einmal in Fisheye und einmal in White Angle. Und das erinnert so gut wie nichts. Also flop. Dann habe ich hier zwei Lip Liner. Einmal ist das dann Max Factor in der Farbe 14 Brown Nude. Der hat überhaupt keine Farbe. Aber ich kann machen, was ich will. Und dann einfach für eine Farbabgabe. Und für den Preis geht es überhaupt total flop. dann, ähm, beziehungsweise dasselbe Phänomen auch bei A-Store, bei Lip Liner Pencil, 020 Cappuccino. Da kann ich machen, was ich will. Und irgendwann mal, wenn ich ganz fest auftrage, kommen so leichte Spuren. Also definitiv überhaupt keine Empfehlung. Dann habe ich, ähm, zwei Wimpern Serien. Einmal vom P2 das Renewiew Lash Serum. In der Farbe 01 und Secret Solution. Das hat hier so, ähm, Wimpernbürstchen. Es ist, ähm, durchsichtig bis weißlich, die Farbe. Ähm, trägt man sich auf wie eine Wimperntusche nachts vorm Schlafen gehen. Ich persönlich habe jetzt überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Daher würde ich es auch nicht empfehlen. Genauso wie das Lash Boost Lash Growth Overnight Serum von Catrice. Ähm, das sieht so aus. Habt ihr bestimmt mal gesehen. Ähm, finde ich persönlich genau dasselbe Schrott. Das ist halt so ein Eyeliner-Applikator. Ganz normal. Und, ähm, trägt man sich halt, äh, über die Wimpern auf und auch nachts vorm Schlafen gehen. Und ich finde das sogar brennt in den Augen. Also, es fängt dann an dort komplett zu brennen. Also, obwohl ich überhaupt keine empfindliche Haut habe. Also, überhaupt keine Kaufempfehlung. Dann, äh, ein Eyeliner von Tendit Up mit einem Filzstift-Applikator. An sich ähnelt der finde ich sehr persönlich den Super Liner von, äh, L'Oreal Paris. Aber, also, an sich ist der, ja, also, er ist ziemlich wässrig. Also, er trägt keine sauren schwarzen Linien auf. Und, ähm, ich kann einfach nicht mit, äh, Filzstift, äh, Applikatoren arbeiten. Also, wir sind Liquid Eyeliner. Definitiv viel, viel, viel lieber. Ich wollte es einmal austesten und nie wieder. Definitiv nicht. Dann habe ich eine Wimperntusche von Max Factor, der Voluptus Force Lash Effect. Sieht so aus, ähm, der Applikator, also, die Bürste, ist sehr merkwürdig. Also, sie ist extrem groß. Und, ähm, ist geschwungen, also nicht geschwungen, sondern jetzt so Wirbel, äh, in sich drinnen. Äh, ähm, ähm, ich würde sagen, der macht die natürlichsten Wimpern, also, das, da sieht man überhaupt nichts. So. Also, in diesem Video gibt es überhaupt keine Kaufempfehler, muss das mal kurz feststellen. So. Dann, ähm, bevor ich weiter mache, ähm, noch eine letzte Dekorative Kosmetik. Und zwar, das ist jetzt von Essence. Es ist sehr, sehr, sehr alt. Und ich habe es mal eine Zeit lang benutzen wollen. Es sah grausam aus. Habe es meiner kleinen Schwester gegeben. Es ist jetzt eine Zeit lang benutzt. Mittlerweile, da sie jetzt sich auch ein bisschen mehr so mit Make-up auskennt, findet sie es auch grausam. Und zwar, das ist von Essence. Das Ice Ice Baby Shimmer Powder. Ähm, das ist ein Highlighter. Das ist ein Schimmer Powder. Und, ähm, der ist komplett weiß. Also, wenn der keine Glitzerpartikel hätte, würde ich ihn als French-losen Powder benutzen. Aber, ich könnte ihn eh nicht mehr kriegen. Also, sowieso ein Flop. Dann ist es von Ebelin, der Pinselreiniger. Ähm, ich habe mir, ungehrlich gesagt, viel mehr darunter vorgestellt. Ich dachte, man kriegt die Pinsel wirklich super sauber. Und, ähm, ja, das ist es definitiv nicht. Man sprüht damit auf die Pinsel. Kann dann ein kleines Wattepad nehmen und da so kurzfristig, wenn man mal ganz schnell was sauber machen möchte, bevor man jetzt von einer Lidschattenfarbe in die andere geht, gerne mal kurz den Pinselnass machen möchte und sauber machen möchte. Ja, es ist in Ordnung. Aber, ähm, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Dann, jetzt mal bin ich komplett fertig mit der dekorativen Kosmetik. Und zwar, das ist von Dr. Beckmann, der Express Fleckenstift. Das ist der größte Kack, den ich je gesehen habe. Da würde ich definitiv den von Deckmit von der DM-Eigenmarke empfehlen, weil der ist viel besser. Der reinigt auch wirklich. Aber der von Dr. Beckmann würde eher teurer es ist, als der von Deckmit. Nein. Dann, ähm, von Size, das Big Sexy Volume Spray Mousse. Also man drückt, also so sieht es aus. Man drückt hier drauf und dann kommt während des Sprütschaum raus. Also jetzt nicht das normale Schaumfestiger, sondern etwas anders. Ähm, von so einer Konsistenz her ist es, finde ich, für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu flüssig. Es ist, man kann es nicht so gut verteilen wie den Schaum, weil es nicht so, so eine Dichte hat. Und das ist halt so flüssig. Also, dadurch werden die, die Haare so strähnig, also die bleiben gleich aneinander kleben und du kannst gar nichts mehr damit anfangen. Daher keine Kaufempfehlung. Dann, das habe ich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, so gibt es das gar nicht mehr. Das ist von L'Oreal Paris. Studie Seine und Glanz. Für, ähm, das ist halt ein Anti-Thermoschutz, ähm, für Skeletten. Und, ähm, das ist so eine Creme-Konsistenz. Also, das ist auch, glaube ich, voller. Ich glaube, es ist noch so voller oder so. Aber ich habe es einfach so oft ausprobiert. Und da soll man ungefähr so jede Haarlänge nussgroße Portion auf die Hand geben und müssen die Haare verreiben. Aber ich finde, die Haare sind danach ziemlich fettig. Also, dann von Balea das Bodyfit Push-Up Serum. Ähm, das soll die Haut straffen, äh, hat Koffein drin, Zitonbarmus extra, bla bla bla. Es ist von der Konsistenz gelartig. Ähm, riecht, ja, ein bisschen stronhaft. Nichts Besonderes. Aber, ja, mehr aus so einem, es ist, lässt die Haut, also die Haut ist danach vielleicht ein bisschen weich, weil man ein Serum drauf gegeben hat. Aber jetzt so ein Push-Up-Feeling oder so hatte ich jetzt persönlich nicht. Und aus der selben Reihe gibt es jetzt auch, äh, also gerade gibt es schon sehr lange, von Balea das Bodyfit Cellulite Gel Creme. Und, ähm, eigentlich genau dasselbe, was ich vorher zu dem anderen Produkt gesagt habe. Also, überhaupt kein Unterschied. Ich habe gehört, dass diese Bandagen, die aus derselben Reihe sind sehr gut sein sollen. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber die beiden würde ich an sich selber wirklich nicht empfehlen. So, dann wäre ich auch durch mit meinem Video. Ich merke gerade, ich schaue immer in meinen Videos in das kleine Bildschirm rein. Tut mir leid. Ähm, dann wäre ich jetzt auch mit meinen Vlog-Produkten durch. Ähm, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder wenn ihr mich abonniert. Und, ähm, dann sehen wir uns auch so. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!